Gelesen aus 365 Mal R von Wilhelm Busch, 3. Juli Und wenn er sieht, dass das Mahl weitergefressen hat an des Hauses Wand, so soll der Priester heißen, die Steine herausbrechen, darin das Mahl ist, und hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort werfen. 3. Mose 14, Verse 39 und 40 Da gab es also eine Bestimmung in Israel über Aussatz an Häusern. Wir sind schnell bei der Hand zu erklären, so etwas gäbe es bei uns nicht mehr. Ganz recht, so etwas gibt es nicht mehr. Aber sind wir wirklich sicher, dass es keinen Aussatz in Häusern mehr gibt? Vielleicht nicht in den Steinen, aber sicher bei den Menschen. Da ist ein kleiner Zwist zwischen Eheleuten. Nur ein ganz kleines Aussatz mal. Aber die Sache frisst weiter. Es wird ein ernster Streit und schließlich eine Ehekrise daraus. Das ist unser Aussatz in Häusern. Oder eine Verstimmung zwischen Eltern und Kindern. Oder ein Streit zwischen verschiedenen Mietparteien. Es fängt alles so ganz klein an, aber der Aussatz frisst weiter. Darauf will das Bibelwort den Finger legen. Es sagt, reiße die Sache heraus, ehe sie das ganze Leben verdirbt. Herausreißen. Unter allen Umständen. Schluss machen mit der Verstimmung und dem Streit. Wir haben auch einen Priester, der den Finger auf solche Dinge legt und erklärt. Herausreißen unter allen Umständen, ehe es weiter frisst. Dieser Priester ist der Herr Jesus Christus. Er ist ja zugleich auch der, der uns Weisheit und Liebe schenken will, dass wir herausreißen können. Denn Weisheit und Liebe sind zu solchen Werkbieter nötig. Darum werden wir in unserem Familien- und Hausalltag nicht fertig werden ohne ihn. Den Erlöser und Aussatzheiler. Herr, lass uns nicht träge sein in dem, was wir tun sollen. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Vielen Dank.